Gezockt oder probiert oder schon mal gesehen Argentina, Italia, Australia und England Da haben wir noch hier in der Saison Na dann, auf geht's nach Argentina Die Strecken Cala Muchita und El Condor, der Philips Rallye Argentina, bieten atemberaubende Ausblicke Aber diese gefährlichen und unbefestigten Bergstrecken sind auch eine wahre Tortur für die Piloten Und verlangen von ihnen höchste Konzentration und Ausdauer Was, Tortur für den Gez? Höchste Konzentration habe ich ja richtig gesagt, Argentina Passt es ja, hab ich nur so geraten Und dann, keep racing, let's do it Und wenn du so hoch musst, so nach oben geht, über die Kuppe, dann sehe ich nichts Ne Könne ich nicht das ändern Dann links 2, lang, öffnet sich, in linksecken Das sind die Straße Ha Hier 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 Gott Ne, kenne ich nicht Ich kenne eine andere Aber das nicht Lang, steine aus In link 3 Ja, wieder 10 Sekunden hinten war ich nicht so recht Im ersten Sektor 10 Sekunden hinten war ich nicht so recht, wo die Straße ist, lol Link 3, steine innen In rechts 3 Sehr lang In rechts 3 In haarnadel links In haarnadel links Eine Tortur für die Racer Haben sie doch gesagt Zwei in der Reihe so im spiel meinst du ok ach muss man da fans sammeln wie bei rück 2 hinter steinen rechts 2 der hängt in links 2 60 schikaner rechts links wie schikaner rechts links wie meine die bitte ich meine ich warte langsam fahren alter der sagt links 2 ich sehe gar nicht die kurven nicht rechts halten dann links 4 sieht das alles gleich aus seht ihr das auch so dass der bodenbelag und es wird zu erkennen das von der umgebung da bin ich schon hier blind oh muss ich gleich lesen Sven machen wir den scharfe kurve und 40 rechts 3 lang und 40 wow links 3 steine aus rechts 3 lang nicht schneiden links 4 in rechts 4 dann links 3 in rechts 3 lang und links 6 60 öffnen sich durch wasser 40 rechts 3 in links 3 und 60 ach so, weil ich zu lang bist du machst vielleicht könnte ich abgeben werden dass du heute bin recht in links 5 lang starte kurve in links 3 barriere aus links 4 in rechts 4 und links 3 öknet sich es ist total schwer die straße zu erkennen hier rechts 6 in links 6 ach so das ist ziemlich dunkler ich sehe gerade im 7 und es ist total hell ich sehe gerade im 7 und es ist voll ich total hell denn hier ist alles so grau in grau dann rechts 3 vielleicht meine schwindigkeit wieder erhöhen für das spiel finde ich dreckig wo ist denn die wo ist denn die moment mal kann es sein dass ich das nicht sehe warte wo ist denn meine ja und ich mein kumpel wollen den riemen wechseln weil auf garage die ich nicht finden weil dann das los ist ja kommt doch zu uns hier auf trial einfach zum da wo ich dann spiel hier also blackhand ist der größte deutsche pfe server blackrock ist der größte deutsche pvp aber total kann es ja auch gehen da bin ich ja auch mit meinen ganzen chance werde ich auch spielen hier wie du möchtest weil ich will nicht lange auf jedes ja da musst du nicht lange warten ist ja klar das habe ich ja gestern gemeint Sven du bist auf einem server wo 1000 hordler sind hier habe ich ja immer offen die seite eigentlich ist ja hier nur sicher bin ja ein gags genau auf blackhand sind 18.000 und auf trial sind 14.000 und du da wo du gerade bist sind 1000 also also ich spiel hier auf trial momentan oder bleib bleib auch da weil ich kann ich habe kein geld meine ganzen chance ich da gelevelt habe zu wechseln das wird mich ein paar und für mich fast keine ahnung 500 euro kosten und wenn du nur einen schade so bockers zu wechseln ist es ist ja ganz cool soviel dazu wird schon viel gefahren okay und ich muss jetzt mal das machen genau muss ich mal kurz heller machen wo ist denn komm schon jetzt das ist irgendwie das ist echt krass dass ich die wohnbelege nicht sehe so jetzt habe ich es auch heller genau er hat nur wir recht ja Antonidas ist das pendant zu blackhand halt allianz server ich starte es nochmal kurz neu sorry aber ich habe mich da ein bisschen vertan und auch gerade verquatscht hier also die eine zeit ist wieviel uhr es bei dir auch ist und die andere zeit ist wie lange das link schon geht black zur information damit ihr immer wisst wieviel uhr es ist also ja auf deutsch halt laufende streamzeit und die uhrzeit in links 6 hahnadel rechts abbrechen das will ich nicht spannen aber man sieht ich meine aber man sieht wo die anderen schon gefahren sind jojo aber ich hatte das so dunkel dass ich nichts gesehen habe ich habe den unterschied nicht gesehen zwischen der seite und der straße 2013 jetzt los los 40 rechts 4 links halten dann rechts 3 steine innen 80 auf kuppeln und sprung vorsicht ja nein ich dachte mir vielleicht während du es schreibst verstehst du es weil das was du geschrieben hast da war eigentlich die antwort schon drin weißt oder frage schweiz das geht mir auch um wenn ich immer das lese denke ich mir auch die versuchte ist aber wenn ich dann schreibe dann verstehe ich dann in links rechts in links die massgrenze in links sehr eng öffnet sich also hallo ob du jetzt gewirkt verkastet oder nicht hab schon gesehen du fragst ob du es wegen giveaway ich werde das schon ankündigen wenn es eins ist auf solche fragen antworte ich nicht mehr sorry es gibt aber hier es gibt aber wenn ein giveaway kommt erfahren sie leute in facebook und würde als erstes 200 und dann sage ich auch im stream aber immer diese fragen sorry darauf gehe ich nicht mehr ein das ich habe schon gesehen dass man gefragt also ich habe das mit absicht über hier ich werde sagen ich nehme ich jetzt auch kein rückblick auf der wurstung oder nicht ich muss das ja selber alles besorgen und habe ja momentan nichts alles klar bis gleich nubi alles klar bis gleich nubi hinter steinen haarnadel links handgrenze 100 mittig halten haarnadel rechts handgrenze öffnet sich links 3 hin rechts 3 dann links 3 nicht schneisen wenn das kommt dann kündige ich schon an also keine ahnung das kommt ja jeder woche 23 stück und das ist ja immer absprechen und links 3 wenn ich noch minus machen darf oder nicht alles kompliziert muss ich euch sagen dann links 4 lang scharfe kurve 3 öffnet sich 100 mittig halten sprung und sprung dann rechts 4 und links 3 40 zur wasser und rechts 4 durch wasser nach schon ok ich habe es ja nur gesagt hier aber die ersten paar worte die du heute im chat gesagt hast war das halt 3 du wirst du heute aber jetzt wirst du ja äääh events geworden von daher ist es kein problem du Aber komisch, die Stärke der Boards hier, der Computer. Erste Tappe total scheiße, die zweite sogar grün und dann künftel ich halt hier rum. So viel B-Chicken. Knapp, geht deine App wieder. Muss ich gleich lesen, Sven, ein bisschen langer Text. Das wird dann bestimmt mal eine Woche geben oder zwei, wo ich gar keiner fahre, weil es ist immer sehr, sehr kompliziert hier. Da kann ich nicht wirklich vorlogisch eingehen. Vorsicht, auf Kuppel, Mittigheiten. Sprung und Sprung, Ziel. Ich will mir so eine Battle.net Card holen. Kann ich damit, dann kann ich damit, dann kann ich damit, dann ist mit dem Schreibplan ganz fair machen. Achso, okay. Würde schon beantwortet. Ich weiß es gar nicht, habe es noch nie mit so einer Battle.net Card gemacht. Lädst du da Guthaben auch oder wie? Mit dem, ich habe das bis jetzt immer nur so gemacht. Also Paypal gezahlt oder so. Lädt man damit Guthaben auch oder mit der Karte. Schätze ich mal, so wie Prepaid. Argentina.